Hallo, ich bin der Nils und ich war heute auf dem Seminar Durchhaltevermögen vom Ernst Krammeri und habe wirklich ganz, ganz viel mitgenommen. Auch nicht nur zum Thema Durchhaltevermögen, sondern ringsherum ganz, ganz viele wichtige Themen wurden angesprochen und ich habe aus ganz vielen Segmenten wirklich viel für mich mitgenommen und habe mich entschieden, das Buchschreibeseminar direkt zu machen, weil ich ein Buch schreiben lernen will. Das ist eines meiner größten Themen, dass ich überzeugt bin, dass ich es nicht kann und ich bin sicher, dass der Ernst mich vom Gegenteil überzeugen wird. Deshalb werde ich bald wieder mit dabei sein und hoffe natürlich, dass man da auch wieder viele neue Leute trifft. Vielleicht bist ja auch du dabei.